Ich bin hier auf Platz 11. Ich drehe hier einfach jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob das darf. Aber es war auch ein Tag der Fernstags, wo sich alles angucken. Die trainieren die Jungs eigentlich immer abgeschlossen. Oder wenn hier kleine Spielchen sind, dann kannst du hier sitzen. Das fand ich ganz nice. Das ist eine Person, aber die kriege ich glaube ich nur mit dem Rücken drauf. Das ist in Ordnung. Einfach mal einen kleinen Rundgang machen. Ich hab doch dafür eins. Sonst hätten wir das ja nicht aufgemacht. Die schließen mich ja nachher wieder ein. Ich will ja Tennis. Siehst du, die spielen Tennis. Es war heute doch wärmer wie ich dachte. Ich hab mir eine lange Hose angezogen, weil die immer wieder Spur und Regen angesagt haben. Das hätte ich heute doch wärmer wie gedacht. Aber irgendwas jetzt. Ich war schon fast im Badewetter wieder. So, dann kann man hier sitzen. Das muss alles mal modernisiert werden. Ja, das eine ist so ganz nice. Ich meine, warum wir jetzt nicht ganz normal latschen. Das sieht man eigentlich nicht. Wir haben vorher von der anderen Seite was rübergeguckt über den Zaun. Ich weiß nicht, da hinten kommen Leute. Ich hau mal lieber jetzt ab, wo es Ärger gibt.